Äh... Wo bin ich da? Achso, ich bin wieder hier. Oh! Daumen ist ein Herz! Es ist Vieh! Wo ist die scheiß Krähe? Okay. Dann kann ich wieder balancieren. Aber wie komme ich da hin? Okay. Äh... Da lang. Ach, komisch. Okay. Na, du Mistvieh? Das ist Teil. Scheiß Teil! Äh, ein roter Robin. Das darf doch nicht wahr sein. Ach. Verwenden. Klasse. Okay. Okay, okay, okay. Okay. Okay, ich muss gestehen, ich habe keinen Blasen, sonst wie ich da irgendwie irgendwo hinkomme. In die Richtung. Dann gehe ich auch da lang. Das muss relativ nah da oben sein. Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Na, na toll. Das ist in einer komischen Ruine. Vielleicht komme ich über die da irgendwo hoch. Da ist eine Treppe. Die habe ich übersehen. Äh, kann ich die auch kaputt machen? Ja, bringt mir nur nichts. Oder jetzt... ein Speicherpunkt! Von hier aus hast du einen freien Blick. Ich empfehle, die Queue von hier aus mit dem Aura-Strahl zu erspüren. Klar, warum nicht, aber vorher will ich speichern einmal. Jawoll. Perfekt. Katzen! Ich bin voll. Das sollte ich mir vielleicht aufheben. Okay. Ähm. Bestimmt von hier oben habe ich einen ziemlich... Oh, zu weit nach vorne. Okay. Da hinten, da kann ich rüberkrabbeln. Okay. Und der ist ziemlich weit da. Ziemlich nah da sogar. Da oben drauf. Würde ich fast sogar behaupten. Okay. Da komme ich nicht so einfach hoch. Wie komme ich da am dürfsten hin? Hahaha. Über einen Umweg am so vollsten. Zack. Zack. Hm. Ich habe keine Ahnung. Halt. Hm. Ne. Da komme ich nicht hin. Da tauche ich durch. Der direkteste Weg ist meistens der blödeste. Ach. Ist auch in dem Fall auch. Obwohl eigentlich der direkteste Weg meistens ist sinnvoll. Oh, hier sitzen überall Krähen. Was ist das denn für ein Dreck? Oh, lasst mich doch alle in Ruhe, ihr Mistviecher. Oh, ist ja noch mehr. Na gut, Freunde. Kommt her. Hallo. Kommt, Rudi. Was kriege ich ja doch hin mit dem Fang? Ein Herz. Was darf ich denn, Alter? Ja, geht doch. Okay. Toritos sollte ich da drüber? Da hoch? Hahaha. Oh. Ach, so geht das. Oh, da ist eine Ausdauerfrucht. Sollte ich vielleicht einsammeln. Holla. Okay, runter. Was ist die denn Phase? Hey! Da ist er ja. Okay, runter. Da ist er ja. Okay, runter. Oh, komm schon. Ich hab ihn doch schon gefunden. Hab ihn. Ein sich bewegender Busch. Oh, muss ich hier echt alle Büsche kaputt machen? Oh, muss ich hier echt alle Büsche kaputt machen? Reden. Na bitte. Geht doch. Da haben wir den zweiten von den dreien. Ah, da sucht man sich so ein tolles Versteck und wird trotzdem gefunden. Klasse. Sambuli. Okay. Wir haben fast so gut im Versteckten wie unser Häuptling. Klasse. Der dritte ist eigentlich gerade der schwerste. Sambulis Position wurde markiert. Aber noch immer gibt es andere Cue, von denen die Aura erfasst wird. Ja, schon klar. Ja, wenn ich den Häuptling treffe, werde ich ihm sagen, dass es dir gut geht. Okay. Ach Gott. In die Richtung. Ich weiß, dass ich da irgendwie hinkommen muss. Ich weiß nur noch nicht wie. Ich bezweifle, dass ich da hochkommen werde. Ah, da kann ich... Okay. Ich kann durchgehen. Da war doch was. Oh. Ja, da war was. Ach Quatsch, nicht so lang. Ah. Ah. Okay. Ach, hier vorne bin ich wieder. Ey, Mann. Wie soll ich bitteschön da hinkommen? Ich muss mich mal umsehen. Ah. Naja, gut. Hab dich nicht so. Mann. Oh. Ob ich an der Seite langlaufen kann? Nein. Ach, shit. Da muss ich später auch noch tauchen. Ja, ich glaube, hier kommen wir noch öfters hin. Ach, Mann. Mann. Wohin mit dem... Hä? Haps. Was? Ach, Mann, ey. Ist da zum Kotzen. Ah. Das wäre jetzt auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Geht doch. Ah. Ah, tu was. Ist viel. Ach, Mann, von da komme ich doch grad. Ach, Mann. Hä? Ja, toll. Gah. Da oben mal. Wie komme ich da hin? Verdammter Mist. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Hä? Jetzt langt's mir. Karte. Der muss irgendwo da oben drauf sein. Irgendwo da. Merkwürdig. Ich verstehe das nicht. Nein, ich kapiere das nicht. In dem Gewisch hier ist er nicht drinne. Ja, da komme ich aber nicht hoch. Ach, Mann, ey. Ach, Mann, ey. Geh weg. Geh weg. Kling, kling, kling. Kling, kling. Lauf. Lass mich in Ruhe, Mistvieh. Oh, ich hab die Tierkralle gefunden. Ja, gut. Juhu. Haben wir wieder. Ach, Mann, wie komme ich denn da hoch? Also, mir wurde ja gesagt, dass ich ab und an dem Spiel festhängen werde, aber so? Ist doch ätzend. Es muss eine Möglichkeit geben von dem Baum, da hoch zu kommen. Ah, ich hab ne Idee. Lass mich in Ruhe. Ich hab keinen Bock gegen dich zu kämpfen. Achso, ist noch. Okay. Na, geh durch. Du darfst mich gerne in Ruhe lassen. Okay. Hops. Genau, da konnte ich doch kriechen. Ja, nein. Die ganze Zeit dran vorbeigerannt. So. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Nein. Runter. Runter. Mehrere Flasche. Geh weg! Ah, das lerne ich noch. Haha. Ich hab sie! Juhu, ich hab ne Fee. Ich bin automatisch, wenn die Kraft schwindet. Okay, okay. Wunderbar. Klasse. Wunderbar, ich hab ne Fee. Ich bin gesichert für den Rest des Spiels. Oh Gott, Link, fall jetzt bloß nicht runter. Hallo. Da sind Bomben, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Ach. Herz. Ah, okay, also nochmal da lang. Okay. Ja, komm her, du bist viel. Och, Mann. Geht doch, so. Mist, Kerl. Wie du mir, so ich dir. Dopp, 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 dopp. Dopp, 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 dopp. So, du darfst mich gerne in Ruhe lassen. Gleich hab ich's. Gleich hab ich's. Wunderbar. So. Jetzt sollte ich's eigentlich hinkriegen, darüber zu balancieren. Ups. So. Okay. Oh, das ging gut. Hoho, nicht so schnell. Nicht runterfallen, Link. Nicht runterfallen. Ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Schafft. Boah. Ja, da oben. Ich seh ihn. Der sieht anders aus. Hm. Oh, oh. Wow. Ich hab keine Ahnung, wie ich das mit der Sprungattacke jetzt gemacht habe. Aber es hat funktioniert. Oh, ich seh nichts. Okay. Was ist das? Ah. Goldene Schmuckschädel. Ja, gut. Alles fürs Upgrade. Nehm ich. Das Vieh sitzt ernsthaft da oben drauf. Ja, die roten Kerle hab ich weggeputzt. Bist du etwa einer von den Guten? In diesem Fall könntest du Mugi gleich mal helfen. Ich steck hier nämlich fest. Kannst du Mugi helfen? Okay. Ich fühle keine Gegner mehr an der Umgebung. Du kannst den Kyo im Baum gefahrlos herunterholen. Allerdings scheint er sich nicht bewegen zu können. Du müsstest dir etwas überlegen. Du kannst deine Option immer durchdrücken. Achso. Bin ich radikal? Ich bin radikal. Und tschüss. Hat jedenfalls funktioniert.